Okay. Verkrönung von wem? Von dem falschen, von dem falschen Boy, ne? Ja, machen wir mal ganz großes, äh, Einspruch! Oder wie man es auch... Was ist jetzt mit meinem Opfer so? Hallo? Hallo? Okay. Was? 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 Ach, herrlich. Was hat er denn da um den Hals hängen? Forking hell. Hm? 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 Okay. Hm? 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 Ja? Hm? 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 Ich würde das gerne näher untersuchen. Ich würde das gerne näher untersuchen. Das tut mir jetzt sehr leid. Aber genau das würde es sich. Weil ich nämlich jetzt gucken gehe. Einmal mit Daphne reden. Was ist denn Daphne? Okay. Was ist mit der los? Ja? Das ist. Okay, wir gehen einmal zurück in das Haus. Wir gehen einmal zurück mit der Reden, das kann ja nicht sein. Also, Junge, also, nee, 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 nee. So geht das aber nicht, liebe Familie, weiß ich nicht. Das machen wir aber nicht. Da gibt es bessere Lösungen, warte, äh, da bin ich falsch gegangen, hier muss ich an. Uh, au. Macht nix. So. Wo seid ihr? So, lasst mich mal mit euch hier reden. Ja, ich würde mich gerne mit dir unterhalten. Und vor allem, wo ist Daphne? Wo ist der Sohn? Wo ist Sebastian? Sebastian, da bist du, da bist du. Ja, okay, der ist am Schlafen. Gut. Dann, ähm... Actually, gehen wir wahrscheinlich auch einmal pennen. Legen wir uns einmal in mein Haus. Okay, das müssen wir uns aber merken. Also, ich will einmal mit Daphne noch reden. Und ich will einmal mit, äh, dem Sebastian da reden. Weil die Mutter ja anscheinend nicht reden wird. Was ist das? Hätte ich eure Majestäts damals nicht getroffen, fürchte ich, wäre dieses Land fehlgeleitet worden. Meine Dankbarkeit euch und der Macht, die uns glücklicherweise zusammengeführt hat. Ich überkenne keine Grenzen. Ich denke, ihr seid dieses Zeichen meiner Wertschössung mehr als würdig. Und ich hoffe, es wird euch auf eurem langen Weg helfen. Brand. Stählernde Tugend. Einfach Ausrüstungsgeschenke. Genau dasselbe, ne? Ne, hab ich schon. Dann rufen wir uns mal bis zum Morgen aus. Ohaio. Versprich dich mit Hauptmann Brand. Okay. Können wir jetzt quasi schon machen, dann ist gut. Äh. Ich will aber einmal mit Daphne reden. Was ist denn, Daphne? Kann ich nicht mit Daphne reden? Na, dann gehen wir mal mit Sebastian reden. Der muss ja, der muss ja wissen, dass das seine Zwillingsschwester ist. Also, ich kann mir auch nicht vorstellen, also, also wenn ich mit Sebastian jetzt stecke, sodass das seine Zwillingsschwester ist, dann wird er aber auch ganz anders ausrasten. Ist ja aber auch scheiße, ne? Also, weißt du gar nicht, dass du eine Schwester hast, ne? Aber er hätte, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er sich das sowieso so ein bisschen gedacht. Ohaio. Ohaio. So. 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 Wo ist denn, wo ist denn der jetzt? Hi. Der will auch nichts sagen. Okay. Krass. Gut, okay, denen ist das alles egal. Mit Daphne kann ich irgendwie nicht reden, weil Daphne weg ist. So. Wir müssen ganz hier hinten hin. Aber da können wir ja hinfahren mit einem Karren. Von ihr aus fährt doch ein Karren ab. Okay. Äh. Karren. Ich glaube hier so lang. Er ist sogar gerade da. Nice. Ja, ja. 200 ist in Ordnung. Gar kein Problem. Zack. Bring dich mal. Bring dich mal dahin. Dann maybe... Kommt da hier sogar noch so ein... So, ich kann ja rein nicken. Maybe... Haben wir ja dann so ein Zielkristall in Ruhestadt. Herrlich. Ähm. Stimmt. Und weg damit. Ja. So ist besser. Zack. Oh mein Gott, da ist ja... ein Zyklo. Huch. So. Und dann einmal verbessertes Beben. Einmal brechen. Wann brechen? Aber das war... Zack. Zack. Zack, 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 zack. Äh? Hat der seid ihr nicht gejuckt? Au. Uiuiuiui So. Und auf Lima. Können wir das Leben entnehmen. Zack, 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 zack. Dann ist sowieso hier so sterben. Sehr schön. Kann ich hier noch was aus dem Ausfpunkt machen. Sehr schön. Da, da, da. Und dann mit dem Achsenkern noch weiter. Hä? Hallo? Nein, was ist denn das? Kann ich mich jetzt bitte wieder setzen? Oder was ist hier noch los? Ah. Geht doch. So. Und wieder einnicken. Ei, 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 ei. So. Den Restkleinweg, den können wir selber laufen. Okay. Hier muss ja bestimmt irgendwo so ein, noch so ein Zielsuchstein oder so irgendwie was in dem Dreh sein. Bin ich mir relativ sicher. Wir machen mal die Karte hier auf. Schriftsteinen, Kontrollpunkt. Das ist nochmal Ochsenkern. Ich glaube, das ist auch falsch, was ich hier gerade. Äh, hallo. Guten Tag. Ah, Laufbandgilde. Ei. Äh. Okay. Ne. Da kommen wir nicht lang. Wo komme ich hier wieder runter? Gar nicht, ne? Äh. Okay. Ei. Was haben wir hier? Ei. Kaufen wir mal. Also, gucken wir mal, was man da kaufen kann. Oh. Wo ist? Wo ist denn Jörg? Äh. Oh. Äh. 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 Okay, das ist irgendwie doch ein bisschen shady, ne? Okay, ich hoffe, es gibt mehrere einfach davon. Ja, voraus geht es, als wir fehlen sie, das war ja wahr. Oh mein Gott. Direkt in die nächsten Fresse rein. Wölfen? Ja, ich... Oh, ich... Ja, ich... Ja, ich... Na, ist okay. Wo ist der? Brudelwölfe. Wo sind die? Ja, das war eine große große Herausforderung. Ich dachte, diese Stadt, sie sind auch hier mit einer Neidung. Die Stadt, die sich nicht bestellen, warum ich nicht mehr sehen kann, haben sie nicht mehr gesehen. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber die Zeit ist hier immer schön. Schnellen sind die Ziele, die lange Zeit sind. Das ist eine kleine Angelegenheit. Das ist schon etwas vor, die Schelden und Phantoms sind. Und man kann nicht mehr gehen. Die Schelden hat nur die Erechstung gespftet. Das war's für dich. Die Schelden hat sich so sehr verletzt. ja würde ich ja ja okay 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 was zum wo ist das was willst du mich dahin bringen das ist doch darunter du bist aber auch gleich bekleidet was doch ähm 10.000 gold errichte in der gegend von wernhof dein lager dreimal nacheinander selber ort genügt ja dann gucken wir mal dann nehmen wir die doch mit anstatt rebecca jetzt doch rebecca du bekommst einen blutten strauss Oh, okay. Einmal langweilig. Oh, no. Ja, das ist das schlecht. Huch. Einmal ein bisschen saurig, saurig. Das müsste jetzt gut gehen hier. Nice. Weg mit denen. Zeig, ich plodiere mal. Okay. Einmal hier das Zeug da mitnehmen. Das muss nämlich... Das muss aber sowas von... Ja. 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 So spät. wohin die bisschen verschleppt haben könne heile anschließend zur hilfe ja wo könnte denn sein hier war er nicht ach dammit oben maybe wohin könnten die den verschleppt haben oh mein gott kann das sein dass die oma bullshit gelabert hat oder hat er sich vielleicht einfach hat er sich für hier in den grabstein irgendwie reingelegt oder so war der vielleicht so smart da war hier unten was guck mal da war tatsächlich so ein teil hier ist zumindest mal nix hier kann man nicht aufmachen ähm wo soll denn der bursch sein warte mal wir könnten wahrscheinlich der ist level 27 24 die stimme von der das ist so gar nicht zu dem aussehen was war das da das ist das ist das ist das ist Oh! Greif! Hallo! Willst du gegen mich fighten? Okay. Interesting. Dann versuch mal. So. Einmal das da. Einmal das da. Um da anzugreifen. Mir bringt das gar nichts, wenn ich da hochbeschleudert werde. Mann! Wehe, der fliegt. Wehe, der fliegt. Ne, 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 ne. So machen wir das hier. Genau. So. Zack. Dahin. Ne, nix da. Nix mich hochwerfen. Komm. Ist auch noch einmal. Und dann noch einmal beben. Ist er hin? Ist er schon wieder weg? Ja, natürlich. Wie soll's auch anders da sein? So. Haben wir das da? Okay. Ist das vielleicht hier unten? Ah, guck mal. Da sind die Wölfe. Ich... Nein. Das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Ich, ähm... Das war gewollt. Und so. Safe. Ähm. Auf der Hebel. Jaaaa. Mhm, 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 mhm. Aha, da ist unser zweiter versucht mit dem Greifers zu tun. Okay. Okay. Immer schön angreifen, wo das Ding ist. Okay. Aber das hat jetzt nix gemacht, weil... Okay. Und das da. Um sich ein bisschen ruhiger zu halten. Und dann, das da, um ihn ein bisschen umzuwerfen. Und dann, das da, um ihn ein bisschen umzuwerfen. Was ist denn das da? Aua! Hm, nee. Wir wollen den nicht benutzen. Das... Hm... War schlecht. Der sah schon halb eingefroren aus. Ich weiß gar nicht, warum der mich noch bekommen hat. Gah! Hm... Oh. Okay. Komm, der... Ah, da ist er. Okay. Einmal Eissturm. Ah, das da. Unser Beben. Okay. Ja. So ist das gut. So ist das gut. So ist das gut. So ist das gut. Da drauf. Zack, 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 zack. Das hat er richtig gut damit gemacht. So ist das gut. Warum muss der Ochse sich da so dazwischen... ...stellen? Oh, Mann. So. Nee, lass mich krass leilen. Was versuchst du da die ganze Zeit zu machen? Das bringt doch gar nichts. So. Mach mal. So. Ja, das sollte... Das sollte ihm wahrscheinlich sogar wirklich komplett. Oh, Mann. Oh, Mann. Ja. Nice. Da haben wir richtig gut gemacht. Richtig schön gewohnt. So. Äh, ich muss mal kurz hier vorbei, weil da sind nämlich die Hölfe. Da haben wir die Wölfe gefunden. Opa. Da haben wir die Wölfe gefunden. Opa. Das heißt... Wir räugen einfach den Blumen. Ich hab... Ich hab... Vielleicht hat er auch... Vielleicht sind da noch Blüten oder so irgendwie was. Oder er hat die Blüten hier die ganze Zeit verteilt. Tag, Tag, Tag. Tag, 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 Tag. So. Wir fangen mal schön hin. 25? Nice. Oder war das ein Urga? Okay, das war ein guter Damage. Ja. Und das da. So, einmal zum Straucheln bringen. Kleiner an. Das muss ja jetzt cool viel Damage sprechen. Uiuiuiuiuiui. Okay. Schau mal. Ja. Schön. irgendwie habe ich keinen das das einmal alle da drauf damit er jetzt stirbt sehr schön und noch ja sehr schön sehr schön sehr schön ja ja nice wir müssen einen kleinen jungen retten irgendwelchen blumen folgen w Okay. Sag mal, ist der denn wirklich auch irgendwo hier? Ich habe das Gefühl, der ist dann irgendwo hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. Ja, ich würde halt gerne ein bisschen... Wobei, also es könnte sehr gut der richtige Weg sein, ne? Er hat wahrscheinlich die Blumen hier überall ausgelegt, um wiedergefunden zu werden. Der Kleiner. Das ist ein sehr guter Leid. Ich glaube, es ist ein sehr guter Leid. Ich glaube, das ist ein sehr guter Leid. Ich hab noch was gefunden. Eisenstein. Noch mehr Blumen. Au. Kind, wo bist du? Holy moly. Ich hab absolut gar keine Ahnung, ne? War das hier jetzt richtig? Hier sind wir doch lang, oder? Ey, hier sind wir in die Höhle rein. So, und dann hier hoch. Hier sind wir in die Faulhöhle. Ah, halli hallo. Da ist er ja. Ach, Gott sei Dank. Hast du gut gemacht, Kleines? Äh, Kleiner. So. War wirklich gut gemacht. You did great. Das über Blumen, äh, gelegt. Sehr schön. Nice. Ja. 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 Was waren die Blüten, die du überverteilt hast? Jo. Dann hopp. Dann gehen wir jetzt zurück. Wenn man das da mitnehmen. Ähm, ich muss nur den richtigen Weg hier wieder raus. Ja, hier. Überflüssige Gegenstände? Nee, Jungen. Also... Gibt hier keine überflüssigen Gegenstände. Alles ist, äh, gewollt. Ja, kombinieren und wir horten. Like always. Jetzt hätte ich doch gerne wieder meinen Zauberer, der so ein Geschwindigkeitsdingen passen kann, ne? Ja. Du, 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 du. Du. Gut, dass ich erkannt habe, dass man den Blüten folgen muss, ne? Ansonsten wäre ein bisschen schlecht gewesen, ne? Sonst hätte ich es nicht gefunden. Oh Mann, hat so wenig Ausdauer, ey. Gut, dass wir ihn. Gut, dass wir ihn. Hm. 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 Ja, der Kleine ist halt noch ein bisschen schneller, ne? Uwe ist halt immer die Jüngste. Weil er sich die ganze Zeit mit hier, Carsten, versucht, über Wasser zu halten. Aber wir die ganze Zeit aufrütteln, Carsten. So, jetzt gehen wir gerade den anderen Weg hoch, oder? Ja, ist egal. Wird schon passen. Geht, wird schon. Nananana. Alles in der Dunkelheit. Du da, du da. Wir sind aber auch wirklich, also ich muss sagen, wir sind auch wirklich gut vorangekommen, ne? Also, bis jetzt. Wir haben sehr viel Hauptstory gemacht. Also wirklich sehr viel, würde ich behaupten. Wir haben, äh, auch extrem viele Nebenstorys gemacht. Also ich halt gerne, ich würde halt gerne auch mal nochmal ins, ähm, Darth Tavik zurück. Und würde halt da nochmal gucken, was da so abgeht. Weil der, weil der ja gemeint hat, komm doch mal, komm doch mal wieder. Was ist das da jetzt? Ach, Junge. Ja. Haben wir's? Danke. Kommt ihr bitte mit. Ja. Also wir haben noch einiges, wir haben theoretisch noch einiges zu machen, ne? Das muss man einfach so sagen. Wir haben definitiv einiges zu machen. Fuck. Ei, 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 ei. Das ist noch einer. Hey, komm mit. Oh, oh, oh. Ist das in der Luft geflogen, ey. Ist da noch einer? Au. 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 Autsch. Ne, da hole ich mir ein bisschen lebender zurück hier. Weg mit dem. Geben. Ja. Ich bitte darum, dass er mitgenommen wird. Danke fürs Werfen. Ich, 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 ich nehme trotzdem den Kleinen hier mal mit. Hallo? Kommt er? Hey, Uwe ist in den Rang gestiegen. Er hat jetzt gar nichts in dem Fight gemacht, weißt du? Ist auch okay. Mann. Immer mehr, sag mal, in der Nacht sind hier aber wirklich viele Gegner. Das muss man ja mal einfach sagen. Ja, der Leben hat lieber wieder. Guten Tag. Ja, komm. Bitte mich. Yay. Ich bin nur, ich bin, ich bin nur zuerst. Ich bin ja nur so ein Mage, das bringt da überhaupt nichts, mich zu yeeten. Ich bin nur so ein Mage, das bringt da überhaupt nichts, mich zu yeeten. Ich bin nur so ein Mage, das bringt da überhaupt nichts, mich zu yeeten. Aber es ist da jetzt. Das ist nur so ein Unkrotter. Ach, nee. Geht, perfekt. Einmal mitkommen. Sammeln Beweise und nimm die Absisten fest. Geheilige des Armefelds. So. Ist das jetzt... Und das ist irgendwie weggegangen jetzt. Ich wüsste halt gerne, wieso... Also was da, was da so das Ding ist. Weil das da habe ich ja jetzt, das hat kein Ziel oder so. Und jetzt ist das da kurz aufgeploppt mit so einem... Mit so einem... Mit so einer blauen Hand. Ich wüsste halt einfach gerne, wo... Was ist damit los? Weil das Ding ist halt... Ach so, nee. Ich muss ja mit dem... Mit dem Ding reden, ne? Okay, dann brechen wir mal ab. Warte, dann muss der Junge vielleicht einfach da ranlaufen. Komm her! Wir haben den doch zurückgebracht. Da ist er doch. Da ist er doch. Jetzt bin ich ja. Ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Ich bin das gemacht. Ich bin ja... Ich bin... Ich bin ja so. Ich bin ja lecker. Ich bin ja schrecklich, wenn du dich im Moment um mich zu erleben, wirst du dich wiederum. Ich schrecklich, was ich so. Ich bin ja nicht genug. Ich bin ja echt nicht so. 11.000 Oh mein Gott 11.000 So Hier soll irgendwo der Boy sein Dann gehen wir den Dann gehen wir den nochmal auch nochmal besuchen Wo ist denn der Gute Jetzt haben wir ja einmal den Enkel zurückgebracht Ah ja denke ich ganz gut Hallo Ja Für die Arzt Ja Ich weiß nicht Okay Nice So Dann gehen wir mal zu dem Riftsteinchen dort Stimmt Ah ne Jörg ist nochmal dabei ne Da war doch irgendwie Jörg war nicht da Aber Oh ja Ähm Hä Bist du hier eigentlich nur runter So Wer bist du denn Hallo So mal hier Ah ah Guck mal Da haben wir unseren Riftstein Kein Wir haben aber kein Wir haben legit Äh Hier kein Kein Punkt oder so Wo wir hin tippen können Na gut Man kann ja theoretisch auch immer mit dem Dings fahren Kaufen Der hat Lazzos Spittetter Was Ja dann nehmen wir mit Für den Kerker Okay Wästchen Mast Okay Interessant Ja die Sphäre Zweite von zwei Grimauers mit Urhalter Magie Wenn beide Bücher vereint sind Gewähren sie Zugang zu einem vergessenen Zauber Transmigration der Seelen Okay die Jadiz-Sphäre holen wir unseren Mann nicht Ja das würde ich alles kaufen Nein das fehlen wir nicht Ja Dann sag mal Besondere Funde anzeigen Nochmal Den Lazarus Splitter Na warum nicht Jawohl Fälschung Warte was Eine Fälschung Okay mach mal eine Fälschung von einem Lazarus Splitter Okay Okay Im größeren Sinn können Fälschungen angefertigt werden Bring einfach den Gegenstand mit Wenn du im Duplikat willst Zahl die Gebühr und warte ein paar Tage Damit der Herrscher Die Fälschung wird zwar identisch aussehen Aber nicht notwendigerweise die Funktion des echten Gegenstands teilen Hin und wieder hat die Choriotäsenladen eine Auswahl in besonderen Funden Die zum Verkauf stehen Als es einen Gegenstand gibt den du verloren oder weggeworfen hast Nun aber zurück willst Verliere nicht den Mut Denn es besteht die Chance Dass er einen Weg in Hierher gefunden hat Auf die Regale des Kuriositätenladens Okay Kann ich hier rein Hallo So Der Kuriositätenladen Mein Boy Gib mir doch mal den Yaditz-Gedönschen Wie kam der hier zu dir? Ich kaufe mir den mal Ja Wir haben so unendlich viel Geld So Und wir müssen noch dieses Ja Das ist halt jetzt die Frage Wem wir die übergeben Wir haben zwei Wir haben nämlich zwei Dinger dabei Wir haben nämlich einmal Äh Ja Ich kann die entweder Fuhle Oder Everard geben Aber ich glaube Die müsste man doch wahrscheinlich Auch noch woanders Daher bekommen Oder? Ein wunderschön geschlepfenes Schildernes Jubel So wertvoll Dass das Lösegeld Für einen Adligen Taugen würde Das sind halt wertvolle Sachen Also ich würde es ja irgendwie schon Dem Boy gönnen Dem Boy gönnen der da wegläuft Weil ich bin mir relativ sicher Dass die Händlergilde echt shady ist Und ich meine selbst wenn er uns dann verarscht hat Dann hat er uns verarscht Ne Also Von da aus Hätte ich schon fast gesagt Let's give it to him Ist nur die Frage Wo ist er? Da ist er Wir können es nur einem geben Das sagt die Quest aus Machen wir oder? Machen wir Einen Klammern Echten Stein geben Da sagt er was Ich kann ja eine Fälschung Von dem Ding anfertigen Warte mal Okay wir müssen ein bisschen Wir müssen theoretisch dann ein bisschen warten Da ich aber jetzt Da ich aber nie warten will Mach den Bettler Magier start Eilt zur Hilfe Wir könnten noch dem Wir könnten noch da Zur Hilfe eilen Das war glaube ich Hier so ne Altes Schlachtfeld Da müssen wir halt ganz darunter wieder Und dann den Weg da reingehen Und dann könnten wir hier oben In das alte Schlachtfeld rein Mh Ist halt die Frage Ob wir das wollen Ne Ist halt die Frage Wir das wollen Wollen wir das So das hier ist Also die Karte ist aber Guckt euch das an Ey Wie riesig Guck mal Wie weit das hier noch hingeht Das ist schon heftig Bis zu dem ganzen Bis zu dem alten Schlachtfeld Jetzt laufen wir aber ein bisschen zu krass Ich habe immer noch mein Vornehmens Dings an Oh mein Gott Ich habe gar nicht meine Magiersachen an Maximale Gesundheit Ja Hm Wisst ihr was Noch nicht Ja ja Noch habe ich es nicht geschafft Warte mal Jetzt ist ja wieder Tag geworden Maybe sagt er ja Jetzt ist es Geh oder Okay Gut Geht nicht Dann würde ich glaube behaupten Dann machen wir jetzt mal Etwas Ganz neues Und zwar Gehen wir in Ich glaube schlafen brauchen wir jetzt auch eigentlich Auch eigentlich nicht mehr Dann das nächste Mal Machen wir uns auf Fahren mit dem Kahn vielleicht einfach zurück Oder gehen halt wirklich Gehen halt wirklich hier so an das alte Schlachtfeld Und machen mal hier so bei dem alten Schlachtfeld ein bisschen was Das da Kann man ja noch Äh Immer machen Das ist ja keine zeitbedingte Quest Wie ich jetzt Also Auch wenn da manchmal irgendwie die Quest Aufploppt Ausgründen I don't know Ist ja keine zeitbedingte Quest Kann man also immer wieder Babachi Wie ihr merkt Werde ich nämlich schon Ziemlich müde Und ähm Das ist dann ein Zeichen davon Ins Bettchen zu gehen Und wir werden uns dann definitiv Morgen sowieso noch mal hören Morgen um Weiß ich nicht wann Also was heißt morgen Wahrscheinlich denn heute schon Ne Also Wir werden Wir werden Wir werden streamen Und das tode ich Also heute Heute Mittag Heute Mittag Wahrscheinlich so ein bisschen Röntgen bis abends Und dann Muss ich auch noch schneiden Und so ein Shit Also ja Dann machen wir hier jetzt Schluss Dann machen wir hier jetzt Schluss Und dann Speichern Fortfahren Zack Äh ne Zum Titelblitzen Sehr schön Äh Heute wirklich viel Heute wirklich viel Hier geschafft bekommen Richtig geil Richtig geil Und wir haben noch so viel zu tun Holy moly Wir sind ja noch Wir sind ja noch quasi Komplett am Anfang Äh Wie ich es betiteln würde Ne Dann ähm An Unsere YouTube Leute Ähm Vielen vielen Dank fürs Zuschauen Und äh Wir sehen uns Beim nächsten Mal Habt euch wohl Vielleicht sogar noch ein bisschen besser Und Bis dann Tschüssi Ciao Bye bye